und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft zusammen mit der und der blutkürze hallo und herzlich willkommen ich bereite mich jetzt weiter vor weil ich möchte gerne auf wanderschaft gehen weil mich geht ich bin gerade nicht sesshaft vor allem active meinte bei der letzten aufnahme ich soll endlich sesshaft werden ich kann es mir bildlich vorstellen rennt hier um rennt darum es ging mir durch sagen kann es nicht mein hund wenn ich jetzt wüsste in richtung ihrer zeit zu hause ja genau das ist mein problem ich weiß lieber zu hause ist das erste was ich jetzt mache ist dass ich jetzt besuchen und ich komme euch besuchen das ist ja mir egal ich bin schon wieder auf wanderschaft du bist mein hund ich bleibe einfach bei mir kurz sitze und warte auf deinen besuch und wenn es dann da bist zeige dir ein bisserl was was man jetzt so so vorantrieben haben und du zeigst mir dann wie die richtung ich laufen muss um euch zu tun ja ich habe es alles so stürmisch verlassen weißt du dachte juhu hauptsache weg ich weiß wo mein haus wohnt ich weiß wo mein haus wohnt ich weiß wo mein haus wohnt so bestellenste eigenheitige ich hoffe das ist das schon klar fällt dir das erst jetzt auf ja freilich das müsstest dir spätestens aufgefallen sein als wir das erste mal gemeinsam gezockt haben na da waren uns müde und hab ein bisschen bier getrunken und dann merken wir es wieder ja ich weiß mich halt hält man auch nur aus wenn man alkohol getrunken hat weißt du eigentlich dass unter deinem haus ja ich weiß das sind seine nachbarn natürliche abwehr mit die weiste für unerlaubte gäste wo ist mein hund ich weiß es nicht dein hund ist hinter den skeletten hier achja wie du machst meine skelette kaputt das machen hunde von natur aus plötzlich jetzt ist mein hund weg toll ne das hier bei mir gar nicht doch hier ich steh vor ihnen 1 2 jetzt sitzt er ja weil ich hingesetzt passt das wird ja so der erste bereich so ein kleiner türmchen komm mit komm mit komm mit komm mit komm mit komm mit ja haben wir eigentlich so viel leder was man da kommt jo Alter. Ich hab so viel Leder zu Anfang gesehen. Alles für Bücher. Und was machen die Leute? Die Horsch bauen sich erstmal Lederrüstung damit. Warum? Hör ich da grad ein Mimimimi? Ja du hörst ein Mimimimi, weil ich sauer bin. Wo ist unser ganzes Leder? Füg dich, ich zeig's dir. Was? Äh. Du hast letzte Folge gesagt, ich bin vorbei aus. Nero, guck mich mal an bitte. Ja, ich schau dich an. Jetzt ist es weg. Warum mach's weiter? Vielleicht hat das genau Pfeil in der Fresse. Aber komplett mittig. So, also um das zu erklären. Hast du hier nie ein System gefunden gleichzeitig oder nie? Ja leider. Das ist doch voll geil. Das ist voll geil. Das ist voll geil. Das ist voll geil. Das wird erstmal. Carrie, kommst du zurück? Äh. Das ist hier mein Krivier. Ah, jetzt. Das wird hier noch wesentlich weiter runter gesetzt. Ne? Und nach oben wird alles noch weg gemacht. Dass du ein riesiges Loch nach oben hast. Und darauf kommt es in ein Haus mit so einem Glaskoppel und sonstiges. Und unten kommt man dann in so einen Ratsraum. Mit so eine kleine Karte Kompel dazu, weil hier der Dom noch kommen wird. Der Dom. Der Dom. Der Dom. Ja. Ich bau ganz viel und ich bau ganz groß. Der Dom. Ich mag große Sachen. Ja. Und das ist ja so eine kirchliche Stadt weniger. Also da kommt ja Dom mit Abwehrmauer und sonstiges. Und Dom mit Abwehrmauer? Der Dom hat eine Abmauer. Oh wer? Boah. In Freilich zieht es tiefstes Mittellalter gewesen. Da gab's sowas noch. Dass man das in so ein Gebiet einpflanzt wie so ein Mengshof. Weisch. Warum ist da eine Druckplatte? Ich weiß es nicht. Die war nicht von mir. Kann sein da Sie irgendwann mal rennen. Sie löst zumindest nichts aus. Hahaha, wer war denn das? Ja, wer war das? Was ist denn passiert? Das war sicher active! Druckplatte und TNT drunter! Nein! Random in der Welt! Oh Leute, wer war das? Alles klar! Der hat vorher noch gefragt, wo Nero zu Hause ist. Alles klar! Zum Glück habe ich 10 TNT, das gibt's Rache! Ne, spreng nicht unseren Berg drüben, ey! Ja, sieht's sowieso schon so aus, als wenn da 50.000 Creeper explodiert werden. Warum sieht's bloß so aus? Das ist Tatsache! Wolltest du jetzt noch zu uns rübergucken? Ja, wo seid ihr? Und vor allem, wo ist active? Ja, active ist gerade nicht da. Zum Glück! Da, da, da! Ba-ram-bam-bam-bam-bam-bam! Da 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 da. Das steht eigentlich mein Bett, das steht noch in der Bergbude oben drinnen, gell? Ja, circa. Aber so ein Sau. Setzt der Mütter einfach mal den D fortfressen ab. Das war Bauhilfe. BAUHILFE?! Ein schönes Grün kaputt, Mara! Mein Hund spielt kurz verstecken! Dein Hund hat sich gerade unter der Kiste versteckt, ich kann da gerade zumachen. Bist du noch da? Ja, ja. Ich bin nur ein bisschen langsamer, weißt, wie du. Sonnenblumen! Sonnenblumen! Vielleicht, dass die Sonnenblumen immer nach Osten zeigen? Welchen Sonnenaufgang? Nein, also hier im Spiel zeigen sie immer nach Osten. Das heißt, mit einer Sonnenblumen im Inventar hast du automatisch ein kleiner Kompass. Zombie! 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 Sie sehen! Ich glaube, ich lasse mich anstecken! Ich merke das schon! So, wo halte sie jetzt? Greif meine Hunde besser nicht an! Das war ja auch die Spinne! Ich sage es nur! Wer hat das Haus gebaut? Welches, das oben am Berg? ach das ist mautzen oder ach ihr macht es zu drehen meine hunde sind alle beim ausfüllen durch die gegend laufen gestorben und wo es active so nebenbei kari zeigt sie nicht zeigt sie nicht er will da nur tnt platzieren erste oben wenn da oben ist ja aber da oben ist aber auch die die bergbude von uns okay du kannst ja anfangen die bergbude so stimmt die gehört ausgeräumt dann ist es mir egal was du machst sehr schön mag ich wollte mir wenigstens sagen wo active so zum looten geht der geht zu uns das klingt so bitter aber es stimmt wenn er irgendwas braucht kommt er zu uns kleiner hund dableiben schön ups ich hab meine bergbude oh oh was oh was oh oh da war ein mini hund schön ich räume eben die bergbude oben aus dann ist mir egal was du machst mit dem da oben ich mag nichts beschädigen dann weiss sondern einfach so raffiniert wo es hinlegen geht ihr hier eigentlich zum essen holen da kommt er auch zu uns da ist er wieder ein pfeil in der fresse hey ich rauche nur meine zigarette ich hab's mir aus wie ein pfeil nee das war unsere erste bude ah ok warum stehen hier jetzt auf einmal vier betten keine ahnung ich glaube maus hat da einfach mal so random vier betten platziert weil wir mehrere leute 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 ok schönes inventar habt ihr da warte wie viel leder habt ihr denn meins alles meins lass mein leder anruhe keine angst keine angst ich greife nichts an hier ist noch übelst viel zeug katze ja richtig viel zeug leute nein ich werde nicht zum tier es geht mir blenden ich bin ganz brav und da muss ich jetzt eh öfter gehen super dann habe ich da nur zugestimmt weil ich am haus bauen bin ja ich wollte aber spazieren gehen ich bin ins loch gefallen haben wir das thema schon wieder ernsthaft wo ist maus wenn man überhaupt braucht na letzte runde alter was machst du was gefällt dir die farbe nicht sie ist blau passt zu meinen haaren soll ich eine andere farbe nehmen ich reiß das alles raus und mach eine andere frauen was nichts alles gut katze ja ich habe mehr hunde wie du zur verteidigung ich kann besser pvp wie du ja und meine hunde sind trotzdem mehr jetzt geht es los jetzt gibt es spätsel mit zus schießt du auf mich ich nicht alter geht mir nicht auf die nerven ja jetzt kommt man vor geben sie jetzt dir auf die nüsse ja die zombies kari ich habe noch eine aufgabe ich bin ausgebucht kari ich bin wieder mein meinem ausgebund nein Nein! Besser du wie ich. Wenn ich gestorben wäre, wäre Hollande nur... Ich hab 36 Level. Ich hab 27. Nein! 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 Bin ich tot! Nee, doch nicht. Weißt du, wie das gerade bei mir ausgesehen hat? Neben deinem TNT... Bitte? Ich würde sagen, dein Zeug ist weg. Warum? In deinem TNT ist gerade ein Creeper explodiert. Nein! Doch! Das wird die Active G-Mode-Falle! Ja, dafür wäre ich jetzt fast gestorben dran. Oh, wirklich! Echt! Das... Du hast die Falle entschärft! Du hast jemanden das Leben gerettet, Kari. Kriege ich jetzt in Ordnung. Ich bin stolz auf dich. Meine arme Falle! Mann! Kari! Hat doch jemand Lehm? Nein! Verdammt! Verdammt! Hühnerbock! Ja, jetzt kannst du dafür von vorne anfangen. Was kann ich von vorne anfangen? Alter, der ganze Berg ist weg! Ich habe nicht so viel gelegt. Ach, was? Exif Gamer-Falle! Nein, ich will nicht so viel zerstören! Halbem Berg weg! Aber ich habe nichts von seinem Gebäude so zerstört. Ja, das muss man gut heißen, ich habe keine Gebäude zerstört und ein bisschen Begrünung. Ach weh, ach weh, ach weh, ich brauche noch mehr. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Du musst von dir eigentlich aus nur geradeaus. Ja, aber weißt du, wie viele Möglichkeiten es nach geradeaus gibt? Ich habe es gefunden. Es gibt nur ein Süden. Ist mir egal. Da flackt ein Hund von euch. Wo fliegt ein Hund? Ich weiß nicht, das ist einfach ein Hund. Ja, aber wo fliegt der? Der fliegt nicht, der sitzt. Ja, wo fliegt du? Wenn ich euren Hunden Knochen gebe, folgt er dann mir? Nein. Oh. Ich sehe dich nicht. Boah, wo bist du hin? Ja, ich bin doch gestorben. Ich war auf mein Grundstück wieder. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ich dachte, du bist dir wieder angekommen. Ja, jetzt bin ich ankommen. Ich sehe dich trotzdem. Deine Sachen sind trotzdem weg. Ach nein. Ihr seid so gemein zu mir. Wieso ich? Du hast den TNT da geblendet. Und das war nicht gerade wenig. Ich hatte schon selber Angst, dass ich sterbe. Hallo Nero. Hi. Alter, was hast du? Da war TNT. Ein bisschen. Aber letztendlich war es auch nur ein Creeper. Ein Creeper? Ja, der Creeper war da. Ja, der Creeper war da. Ja. Ja, Moment. Ich hab's dran. Ui, hast du einen coolen Teppich? Danke. Guck mal, er findet unseren Boden hübsch. Ja. Hast du auch nur kurz Stein für etwas Druck? Entschuldigung. Hier kriegst du wohl noch einen Brater oder einen Brater. Debitze mir nur kurz etwas Stein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gebraten muss eben. Ich weiß aber nicht. Jetzt bin ich schon wieder nach Hause, um irgendwas reinzusetzen. Das hab ich schon wieder vergessen. So. Warte. Eisen. Das war meine ersten zwei Folgen. Ich hab den kompletten Berg ausgeholt und wieder aufgebaut. Und was mach ich jetzt? Ich baue das wieder ab. Einfach nur, weil ich zu geizig bin und den Stein und alles mitnehmen will. Oh, gebrannten Stein. Was? Hast du's gefunden? Ja. Ich muss ihn nur kurz etwas brennen. Macht nix alles gut. Weil man brauchst ja gebrannten Stein für den Druck. Ey, mi, 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 mi. Bruchstein reicht netter. Ich muss ihn erstmal brennen. And it burns, burns, burns. Du renn a fire yaaaahhhhhrund, du renn a fire jużreecía. Iu1 içoluё jaw uwu der生aiye marketplace vaider. Du rischi utilize Steinロchte nix ned heavenly Meinung ist. Denn, ich bin dafür unten im Keller tat, nutze ich Neta ähh été stayins. Niderl stein. ich muss übertreiben mit eine hübsche warze gibt einen schönen stand ab du bist doch los ich dachte ich sei dünn bitte? nichts alles gut ich dachte du sei dumm soll es heißen ich sei dumm? los voll ganz alles gut alles gut ich bin lieb alles gut genug oh yeah die 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 das die 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 das wollte ich auch noch aufnehmen aber der franksinator singt mir viel zu dunkel ich liebe es wenn es dunkel ist ich will es auch singen neee das wird sie agro neee hauptsache das wollte ich jetzt eigentlich nicht die 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 sagen und warum weil wir 22 minuten haben ach das heißt wir wollen eine ab mutteration machen eine ab mutteration zeit so relativ die ab mutteration des jahrhunderts und damit meine damen und herren liebe zuschauer der folge verabschieden wir wir alle alle drei carol games blutkatze und nicht vorhandenen mauts nicht vorhandenen active verabschieden wir uns alle von dieser runde lebt wohl bis zum nächsten mal ja